Ja, hallo, herzlich willkommen hier an der Hochschule Esslingen. Mein Name ist Matthias Schola und ich möchte Ihnen heute gerne die Inhalte der Lehrveranstaltung Digitale Produktion vorstellen. Es gibt dieses Fach als Vorlesung Digitale Produktion und zusätzlich kann man noch ein Labor Digitale Produktion belegen. Worum geht es hierbei? Wir wollen uns anschauen, was sind die neuen Trends, was passiert in der Produktion in Richtung Digitalisierung. Hier schauen wir uns erstmal an, was ist überhaupt diese Industrie 4.0, was ist vorher passiert, was waren die ersten drei Schritte und was heißt jetzt 4.0, wie setzt sich das zusammen, welche Technologien, welche Trends kommen hier mit rein und wie wird sich die Produktion in Zukunft verändern. Dann schauen wir uns hier auch im Detail an, was passiert bei der modernen Produktion, wie wird die Mensch-Technik-Interaktion ausschauen und wie werden zum Beispiel auch solche intelligenten Roboter eingesetzt zur Mensch-Roboter-Kooperation und dann noch dieses große Thema Daten, Produktionsdaten. Ich nehme mal ein kleines Beispiel hier schon dazu und auch die Auswertung dieser Daten mithilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Ja, würde mich freuen, wenn Sie dabei sind, wenn ich Sie begrüßen kann im Wahlfach Digitale Produktion und im Labor Digitale Produktion. Ich freue mich auf Sie und es wird mit Sicherheit eine spannende Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.